Musik So liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Megaman Battle.net Work für den GBA und zwar folgendes Ich habe ein bisschen herumgesucht und Habe eine Sache nicht überlegt Ich bin so blöd, wir haben diese Person doch einmal Während unserer Story Antreffen können, ja Und sogar NPCs haben drauf hingewiesen Auf diese Person Alles zuerst, beginnen wir mit dem alten Mann vorher Der steht nämlich hier, den habe ich hier dann entdeckt Wie ich nochmal meine Runden durchzogen habe Ja, ich habe es auch kurz angetestet Die ersten zwei, drei Textboxen Wer ist das? So Du denkst, ich bin ein ehemaliges Mitglied der BBW Hm, lass mir mal dein Name sehen, das du hier hast Nun, es gibt keinen Punkt Also keinen Sinn mehr Weiter zu tun, als ob ich ein Senid wäre oder so Ja, ich war ein Mitglied am Anfang Der BBW Als Willis Assistent Und ja, ich weiß, wie du Das Andernetzschloss öffnen kannst, aber Erstens Da ist noch ein Ex-BBW-Member, das du sehen solltest Du musst sie retten Eine Junge Schönheit ist sie Na, verdammt Ja, jetzt muss ich doch zu der hin Und ich glaube, zu wissen, wo sie ist Ich habe es jetzt nicht getestet Mir ist sie so in den Sinn gekommen Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo Kann man hier bei Ciao nach links machen? Das war mein Fehler vorhin schon Nein! Straßensperre Ich glaube, da bin ich schneller, wenn ich so gehe Und zwar Kann ich hier nach links machen? Irgendwo in einem Stadtteil Hier war ich noch nicht Ich glaube, hier durch Genau Den habe ich vorhin ausgelassen Nein, die Frau war es nicht Und zwar möchte ich hier gerne rüber Könnt ihr euch noch erinnern An dieses Gebäude? Ja Die Sommerschule Eine Miss Smile, die genauso ähnlich ausschaut wie unsere Oh, Quiztime? Was? Das gibt es hier auch? Das gehe ich auch von Teil 3 Cool Bernd würde fünfmal eine Frage Und gewinne einen Preis Möchtest du es versuchen? Ja Wie viele Leuchtkohl Sind im Powerblend-Netzwerk? Ich sag mal 17 Okay Falsch Das war Raterei Man kann ja Man kann ja es durchgehen Ähm Wie heißt denn Na wie, der die Waterworks übernommen hat? Iceman war das doch Ja Was sagst du immer, wenn du reincheckst? Transmit Ja Question 4 Ähm Welcher dieser Chips macht 80 damage bei deinem Gegner? Shockwave Was? Scheiße Das ist ja nicht Sonicwave Ja, Shockwave Oh, verdammt Ach, bin ich schlecht So Aber wenn man einmal der Antworten weiß Hier sind es nur fünf Fragen Ich glaube in Teil 3 waren es sogar bis zu zehn oder mehr Deswegen Ja So, dann ist es das Wort Welcher dieser Chips erhöht deine Na Deine Fläche auf dem Also dein Kampffeld Stil Ja Sehr gut Und da du alle meine Fragen richtig beantwortet hast Hier ist dein Preis Gratulation Ernsthaft Ich habe alles von meinem Was ich weiß von dem Quizmaster gelernt Wenn du ihn antreffen solltest, sei dir sicher, dass du sein Quiz probierst Ach, okay Es gibt dann Wenn man einen bis sieht, gibt es wahrscheinlich noch mehr Oh je Ich muss alles durchschauen Das mache ich auch mal in einem extra Part vielleicht Na gut Ich schätze mal sie wird es sein So, ich? Ein ehemaliges Mitglied der BBW? Lass mich mal den Navi sehen Ich habe schon so lange auf einen Netbattler gewartet Der so stark ist wie du Ich habe einfach nur dich verarscht Um zu verstecken, dass ich ehemaliges BBW-Mitglied bin Sicher Und ich weiß auch, wie man einige der Schlösser knackt Lass mich mal deine Data-Bücher, also Library sehen Was, das checkt sie auch noch? Brauche ich eine bestimmte Anzahl Chips? Ich hoffe, die habe ich Ich schätze mal, du bist bereit dafür Hier, nimm das, um das Schloss zu eröffnen Jury Memo Ich habe den Glauben daran, dass du die BBW stoppen kannst Ha Ups Sieht ja aus, als ob das Schicksal wäre Oder was? Okay Was? Da kann ich auch War ich da drin? War ich da drin damals? Kann mich beim besten Willen auch nicht mehr erinnern Schon so viele Ellen lange Parts Aber ich schätze mal schon So, jetzt haben wir sie besucht Jetzt geht es zurück zum alten Knacker Naja Ging mal von der Schnelligkeit her Hoffentlich mehr Arbeit wieder mal als Als was ist eigentlich wert? Weil man so genau überlegt Ich glaube, hier runter kann ich noch, oder? Ja Schon langsam dämmert es mir So, ACDC Und ich möchte den Quizmaster auch nochmal drin Da gibt es sicher mehrere Quiz Wie gesagt, ich kenne ja das von Ich weiß, ich wiederhole mich Ich kenne das von Teil 3 Aber entschuldige Wenn die Anspielungen hier alle vorhanden sind Was soll ich denn machen? Ist halt so Tut mir leid Tut mir leid Jetzt werde ich aber mal kurz Die Zeit ein bisschen nutzen Und Nochmal die Schule unsicher machen Ach, pfeift drauf Wisst ihr was? Pfeift auf das Quiz jetzt Der hat mir eh nichts So tolles gebracht Ne, Ratte 1 So wie ich die nicht schon hätte So Ich hab sie Die andere So Nun Ich schätze mal Du bist stark genug dafür Hier Pass Memo Vielleicht bist du ja derjenige Der die Endgames Auffalten kann Land Und Nicht so ein Skylab Net Battler Pfeift Ich doch nicht So Und was ich auch testen Und ich weiß auch gar nicht Ob ich das freigeschaltet hab Ist folgendes Wir gehen nochmal nach Dentown So können wir nicht Ne megamäßig Viel Zeit sparen Und zwar muss ich mal Ich muss mal hier rauf So und dann am besten hier rüber Indem wir hier rüber gehen Und dann am besten noch weiter rüber Wo diese Wahrsagerin war Übrigens Wahrsagerin Da können wir mal gleich schauen Ob sie nochmal Ne feind mit mir macht Wirklich Ist das die stärkste Variante Jetzt schon? So Ja es war so klar Nice danke Kann ich da irgendwas kombinieren? Aber ich glaub Für den Dreier reicht's Wahrscheinlich nicht mehr Oder? Oder? Gibt's? Ja Der Dreier wär schon geil Oh Scheiß Das ist ein bisschen zu viel verlangt Das ist so Erwischig den Dreier natürlich nicht Nein ich glaub Das geht nicht gut Ich prob Gut dann würde ich mal vorschlagen Wir sehen uns Gleich wieder Ich probier den mal aufs Game Bis gleich Schaut euch das an Ja Skullman Fui Auf meiner Seite Ich hab ihn Das Kno 210 Alter Alter Ist der gut Der kommt gleich mit Wo ist Skullman 1? Der wird ersetzt Und tschüss Nice Da können wir die Dreier auch schon machen Ha Auf zu Gutsman vielleicht Oder heben wir uns das alles für später auf Ich weiß nicht Auf alle Fälle gehen wir mal in die Vase der Vasen Warum ich das hier mache Ich hoffe ich hab's freigeschalten Und zwar ein Zugang Den ich Anscheinend nicht freigeschalten Was ist das Kacke? Denn was sagt uns das? Ich muss rundherum rennen wieder mal Scheiße Warum hab ich den nicht freigeschalten? Gibt's ja nicht Drecks Drecks Dreck Naja Kann man nix machen Komm Komm Also Ich brauch hier gar nicht warten Hier kann ich einfach so rüber Geben wir einfach mal Nach links Und dann hier mal Da runter Und dann sind wir auch schon da Bei der U-Bahn Gut Dann muss ich das wieder über meine PC machen Scheiße Wollte ich eigentlich vermeiden Aber ja Kann man nix machen Kann man nix machen Mir fällt immer noch Elecman Ich weiß nicht wo der Typ ist Ich weiß beim besten Willen nicht wo der Typ sich aufhält Fireman habe ich jetzt auch schon alle Also Fireman und Skullman habe ich komplettiert Das ist leider immer noch sehr wenig So ich schalte euch gleich wieder hinzu So wir sind hier Zugang nur für WWW Personal gestattet Megaman Versucht doch die Memo die wir in Skylab bekommen haben Okay Megaman verwendet die Lab Memo Er hat Zugang erhalten Na siehst du Funktioniert doch So und hier werden wir jetzt wieder alles erkundschaften So Schau mal was uns hier alles erwartet Das sind dann Monsternmomenten Wahrscheinlich eh dasselbe Kack wie ihr und ihr So Andere Kombinationen sozusagen Woodman A Wood Tower Da geht's wieder rauf Lassen wir das mal Oh Gott Das wird Wow Wow das war gut Und ich krieg ne Diner Wave S Naja das ist weniger gut So Rock Cube M Okay Wir suchen alle Ecken durch Weil ihr kennt ja das Narvis könnten hier versteckt sein Vielleicht begegnen wir diesen Funny Clown nochmal So Autsch Ja in der Mitte sollte ich mich nicht stellen Weil da War's das dann Da trifft er mich auf alle Fälle So Der Weg ist sehr monoton Muss ich zugeben Gott sei Dank Da geht's wieder runter Bleiben wir mal hier oben Da geht's auch runter Na tolle Na tolle Knolly Gibt's nicht irgendwas? Ja Also mein Deck ist echt overpowered mit diesem Superschwerter was ich hier bekommen habe In den Secret Bereich Eigentlich ist ziemlich gut Dass wir Dort gelandet sind Gefällt mir So wahrscheinlich Gehe ich gerade wieder den falschen Weg Nein doch nicht Spreeder E Da gibt's Dinger Die Die will ich gar nicht Ja Dankeschön Und tschüss Und remote control Gut Gut Schüttet die Dinger hier Und nehmen wir mal das mit Und das mit Alles kombinierbar Komm in die Mitte Das hat mich erwischt Eiskalt Das eiskalte Hähnchen Gut Anderer Weg Anderer Weg Wie gesagt Nicht so weitläufig Das gefällt mir gerade Muss man sich wenigstens Keine Wege merken Was Oh Elegman Das speichere ich aber jetzt so ab Weil darauf war ich nicht vorbereitet So Wie dürfen wir den Herrn heute erledigen Vielleicht doch mit ein bisschen Elektrizität Ja So machen wir einmal den Cloudest Mode Es läuft eigentlich gerade richtig gut So So Und dann lassen wir noch einmal Brutumen hinrennen Und das war's dann Nice Geschafft Elegman ist Geschichte Ich hoffe ihr kriegt den Battle Chip Wäre nice Und Elegman Na bitte Da haben wir es ja So Ist nur die Frage Wo sind die weitere Versionen Das ist das nächste Die Cousin dann wahrscheinlich irgendwo herum Oder vielleicht in der nächsten Ecke begegnen Wie noch Einen doch nicht Okay Hätte ja sein können. Sorry. So, da sind wir am schnellsten. Mit Stone Man eigentlich. Falls er treffen sollte. Hauruck. Und Hauruck. Und Hauruck. Nice. Gefällt mir. Kohle, gib mir Kohle. So. Wo kommen wir hier? Habe ich gesagt, ich freue mich, dass es nicht mehr so verzweigt ist? Ich nehme alles zurück. So, der ist auch erledigt. Gib mir eine Diner Wave. Ah, Wood Tower. Schön. Rock Cube. Vorher Ice Cube. Jetzt Rock Cube. Gibt es nicht so metallene Cubes auch noch? Ich bin noch in meiner Cube-Sammlung fehl. So, schnell drück. Spam, spam, spam. Und da wischen wir alle drei wenigstens. Oder haben wir die Chance zumindest alle drei zu erwischen. Na, zwei sind mal weg. Und da waren es drei. Also, mein Deck ist overpowered. Das gefällt mir. Ja, was man muss sammeln. Ja, aber C. C. C habe ich doch eh. Na dann her damit. Und zwar, wer aus Opfern wir dann? Das AD habe ich aber auch teilweise mit. Ja, das Hero Sword haut mir alles zunichte. Aber ist ziemlich stark. Deswegen. My Sword bleibt jetzt auch. Hm. Aquatower Haar hauen wir raus. So. Ist besser so. Ach, da geht's weiter davon. Gut. Dann gehen wir voll hierher. 6.000 Cennys. Nice. Ha, ha, ha. Da reicht eigentlich das hier. So. Zack. Bing, bum. Und das war's. Vielen Dank an die vielen Schwerter. Vielen Dank, wie lieb von dir. So. Soll ich einen Shortpart heute machen? Ja. Mega Man, versuche doch die Memo, die wir von Miss Yuri bekommen haben. Verstanden. Und wir kommen durch. Haben wir hier was? Okay. Ein bisschen mach ich noch. Schau mal. Uh, uh. In Visen 3. Es wär nett, wenn der... Ja. Komm, gib mir mir. Gib mir mir. Gib mir mir. Nein. Den will ich nicht. Ich hätt gern den anderen. Der andere, der... Der war so schön weiß. 1.000 Cennys. Oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. So. Und Fireman hinterher schmeißen. Und die Sache hat sich erledigt. Und die Sache ist erledigt. Du, 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 du. Iron Body. It's your heart, it's your soul. So. Iron Body fool. ich glaube wir müssen vorher runter du kommst auch mal hierher dann kann ich euch beide gleich erledigen zack oh ja one hit kill ist so schön das tut so in der seele gut glaubt mir ja was ich mich hier geplagt habe da habe ich mir das verdient aber es kann natürlich noch weitaus schlimmer kommen schauen wir mal auch gott wie sich das alles gestalten wird wir haben noch nicht alle endbosse besiegt aber schon einige was haben wir hier recovery 120 so wieder hinauf bitte danke wird stopp da ist wieder der geist kommen hinauf in den mitte geist ghostbusters irgendwann kriege ich dich noch du drecksack irgendwann kriege ich dich noch da bist du bei den erleblichkeiten machen wir das so so und den erledigen ist so perfekt eine hin und her mit shaking crowd action was ist dahin ein weiterer punkt wo es weitergeht der erwischt die nicht das heißt ich muss das so machen nein das schaut mir zu weitläufig aus deswegen gehen wir mal hier auf ein ein größter bbw eingang groß passt das ergehen dass wir nein ich hätte gern den anderen danke die fläche schaut verdächtig aus da ist aber nichts oder da kommt noch was naja wir hatten die augen offen so auch ihr seid jetzt meine geschichte wie schnell das geht holy 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 oh drei kleine geister die waren ganz keck drei kleine geister die waren mal weg übrigens waren es nur zwei ich hätte gern den geist gehabt ui da vielleicht speichern wir mal hier mein sechster sinn sagt mir dass hier eh nichts ist tja aber trotzdem So dann Webmobit das habe ich hier schon zigtausend Mal Und tschüss. Den könnte ich wieder verwenden. Möchte ich aber auch gerade nicht. So, dann... Haben wir da hinten noch eine kleine Abzweigung. Nicht mit mir, du Dreckschwein. So, jetzt trickst ich dich aus. Oder er mich. Und Recover 150, klar. Hast du sonst kein Leiden, oder? Und das war das letzte Mal. So, tschüss. Nein, ich hätt gern die Karte. Invisible 3. Ziemlich schwer zu bekommen, anscheinend. War ich da hinten auch? Sagt mir jetzt ja exakt gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da hinten stand oder nicht. Egal, auf alle Verbänden wie hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Churubo19. Ciao, ciao.